Achterbahn der Gefühle bei Tore Schülermann, 34. Nach neun Jahren Beziehung stellte der Moderator seiner Jana Juli Kilka, 31, im April 2018 endlich die Frage aller Fragen. Auch wenn der Heiratsantrag somit bereits einige Monate zurückliegt, trug das Paar die frohe Botschaft erst vor kurzem an die Öffentlichkeit. Beim ersten Pärchen aufhört seit der Bekanntmachung der Verlobung gab Tore nun weitere Details zu diesem besonderen Tagpreis, und die klingen überraschend unromantisch. Im Interview mit Bunte berichtete der 34-Jährige vom besonderen Tag, an dem er, bei einer Schnellwanderung im Tirol, um die Hand seiner Herzensdame angehalten hatte. Dabei offenbarte der Moderator überraschenderweise, für mich war das der aufregendste und der nervigste, schlimmste Tag meines Lebens. Auch wenn man sich einen Heiratsantrag normalerweise romantisch vorstelle, habe er an diesem Tag unter enormem Stress gestanden. Ich habe danach auf den Schreck erstmal ein Bierchen getrunken, beschrieb das TV-Gesicht das Gefühl der Erleichterung, als seine Liebste den Antrag schließlich angenommen hatte. Mit dem Jahrwort seiner Jana und dem Bierchen danach habe Tore die gemeinsame Zeit in den Tiroler Bergen dann aber doch noch genießen können. Ab dann war es wirklich ein sehr schöner, man könnte sagen, der schönste, Tag des Lebens, blieb ihm der Antrag daher letztlich, trotz aller Aufregung, in positiver Erinnerung. 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 .